Bei jeder HaShem sagt der Soite, dafür wird es, wenn wir uns jetzt an der Schmai der dritte Perik Die Mischen wird uns sagen, die HaLochis von der Minche, die man bringt bei der Soite, die Minche Soite, das heißt, die Tnofe, die Agosche, die Kmitze, das ist der Abweide von der Minche. Die Mischen hat dann, heute Nacht, wird uns mit dem Einschlafspetten von der Mischen, was es gewährt, an dem Frieden Perik. Dort, in der ersten Schuhe von der zweiten Perik, gewährt, als der Mann kommt mit der Minche, und die Minche liegt dann an der Soite, Kvifo Mitzis, wo er es meint, an der Prostere, Soite, Saal. Das ist ja nicht kein Klischhoch, das ist von Sturm. Und er legt es ja weg auf ihre Hände, weil er will in der Aegea sein. Als Gedei, sie soll Häuser sein, sie soll Möde sein. Sie steht dort, sie halten, sie können es halten. Jetzt, wir von dort sind wir gegangen nach uns, zu anderen Unionen, wo man steht, sie warten noch mit dem Kvifo Mitzis in der Hand. Sie sagt, die Mischen, jetzt geht der Mann, wo er nur in der Smechose, mit dem Kvifo Mitzis, wo sie sich in der Hand, da geht das an ihm zurückfühlen. Und er ist noch nicht nur in der Kvifo Mitzis. Jetzt, der Mann geht, und er legt das nur in der Kvifo Mitzis. Das ist, was man mit der Smech, wo er nur in der Smech, also geht er auf dem Mann, also sagt, Rashi, und er sagt, ein, die Mischen von der Smech, da werden getrun durch den Kvifo Mitzis, aber mit dem Kvifo Mitzis, da gerade, da ist ein Sachverdek, mit dem Kvifo Mitzis, aber da hat man die Friede geschlafen, die Kvifo Mitzis, wenn man die Kvifo Mitzis, das werden getrun durch den Mann. Andere sagen, das ist ein Mitzvigor, das soll werden getrun durch den Mann, nicht nur er kennt, verfolgt, weil er darf aus Mekade sein, im Punkt, also wie bei der Himmel, und also wie am Mitzvig, die Beile sollen das aus Mekade sein. Aber bei der Smech von der Jerusalem, der Kvifo Mitzis hat gerade getrun, der sagt, es ist reingelegt in der Kvifo Mitzis. Aber der erste Schuch in der Mischen ist, der erste Schlaf von der Loch, von der Münch in der Bissamik, das ist, aber man macht Kvifo Mitzis, man legt es rein in der Kvifo Mitzis. Gerade gesehen, als er sagt, die Nekude, der sagt, der Mann nimmt das, der Mann hat doch auch so, von Kvifo Mitzis, darf man sein, auch getrun durch den Zweiten. Aber es gibt auch andere, wo sie fragen, also doch da auch um die Halech, die Kvifo Mitzis, die Metronische Nehmen, von der Hand, Metronische Rüber Nehmen, wie Megel Poshet nehmen, der Kvifo Mitzis, von ihr Hand zu seiner Hand, ob jetzt sein Amatz, aber sie darf man sein, auch getrun durch den Zweiten. Aber es ist eine Mitzvah. Ich habe gesehen, dass es da auch Ores, von Rabbi Yashef, auf dem Sechto Söyde, bei der Schir, hat Rabbi Yashef gesagt, ich meine, das ist von Frieden, ich meine, viele von Jeschoyen, die Yesod. Also, der Meisse, die Alla Archokas, ist noch bei Anido, wie bald, als er da gewaltigte, als er da genieße Yichhut, und mit Troid, der Mensch, mit der Gange, und mit dem Sechto Söyde, die Alla Archokas. Aber bei Regen, wo es da auch, darf man ja auch mal sein, mit Schmitt, die Schick, die Zwei-Tamilich Achomim, das ist ja ganz so, es ist auch bei dieser, wenn es nicht so ist, dass er die Alla Archokas, das ist. Ja, ja, das ist eben der Kasse. Ja, ja, das ist eben der Kasse. 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 Ja, ja. Ja, das ist eben der Kasse. 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 Ja, der Kasse. Ja, das ist eben der Kasse. Ja, das ist eben der Kasse. Ja, das ist eben der Kasse. Ja, der Kasse. Ja, das ist eben der Kasse. Ja, 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 Ja, der Kasse. 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 und zwar mit dem Seder und dem Besuch, also in 22 Jahren in der Südkart. Und er sagte, es ist, dass du mit ihm gewohntestellst, dass er dann um die Weltkriege gekommen ist. Wenn er dann versucht, dass es nicht mehr in der Weltkriege und noch nicht mehr in der Weltkriege kommt. Das sagt, dass du mit 2 Jahren in der Weltkriege dass du mit dem Schiff nicht in der Weltkriege wirst du nicht mehr in der Weltkriege sondern nicht mehr. wenn man einen Schuss hat, hat man noch einen Masken und einen Masken auf den Alkohol. Aber es macht es nicht. Es steht später, wenn man das macht, man legt rein, wenn man ein bisschen gut macht, die man mit der Zwengel sagt, jetzt ist es zu spät, jetzt muss man schon trinken. Die wird schon, Herr Backe. Oh, es passt, es sagt sie, sie will nicht trinken. Wenn sie sagen, sie ist mir nicht in der Pfad, es ist immer... Ja, richtig. Aber da hat er gesagt, eine Wahl. In der letzten Zeit, in dem Moment, dass er eine Wahl ist, es gibt auch zwei Wagen. Ein Weg ist, ne, eine Wahl ist, eine Wahl ist, dass er eine Wahl ist, dass er sich zittert, und der andere Weg ist, ich sehe, dass er eine Wahl ist, dass er eine Wahl ist, und er wollte ja sehrelle점 nach. Auf dem Moment, da hat er mich HEijkt, und er wollte er sagen, dass er eine Wahl ist. Das war so am Anfang. Er wurde mir dann, sie wusste, er hat eine Wahl ist, wenn er ein Wahl ist, bei dem Moment, mit Beis, bei welchen einen Scheißer Redo, Rebbe Kiva, wo es Rebbe Kiva hat ihm gesagt, ich werde jetzt Machriach sein zu trinken. Aber das ist Rebbe Kiva's Schieter. Uns sind aber jetzt veranommen bei Eike mit zwei drei Besuchen. Und drei Schieters, wir haben immer da schon jeden von den Besuchen. Alles zusammen, nein Limoiden. Rebbe Kiva lernt, der erste ist der Limo, am es Machriach, wo er gesagt hat, eine Scheißer, nochmals mit uns gemerkt. Rebbe Schimmen, noch einmal. Das ist der Limoiden. Das ist der Limoiden. Aber das ist der Stärkste Ouzerik. Ah, es ist gestern ein Molv-Hischko-Fahrde, auf dem Taka der Hischko-Fahrde ist der Limoid Baalme. Aber es ist Machriach. Es ist nicht so, dass es so, der Chovdal hat er Zibirik, weil die Eike ist Taka Chavo, wo er stellt der Ravik der Seide. Ja. Ich kumte es, für jede Röse, die Eike ist, Entschuldigung, wir haben nicht richtig angell koy lavoro. Ich kumte es, die letzte ist der Limo wo der Schlüssel. Aber das ist der Xignuss von der Gimache. Aber wir haben jetzt schon im Geräusch, wir haben erst um einen Kuh-Fahrde, ein Kuh-Fahrde, wir haben erst um einen Kuh-Fahrde, ein Kuh-Fahrde. Also, ein Kuh-Fahrde, das ist der Kuh-Fahrde, aber ein Kuh-Fahrde ist, über den Kuh-Fahrde ist. Was ist gekommen in Chavof? Ich habe nicht richtig gesagt, wenn ich sage, dass ich sage, dass ich sage, 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 du wirst alles zusammen mit den Themen arbeiten, ich sage, ich sage, ich sage, ich denke, wir sprechen, Das heißt, 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 Das ist ein Ratsch, ein Ratsch. Das ist 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 Ratsch. Das ist ein 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 Ratsch. das Ratsch. das ist ein Ratsch. das ist ein Ratsch. Das ist Ratsch. Das ist ein 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 Ratsch. das Ratsch. das Ratsch. ist ein Ratsch. das 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 Ratsch. okay. das Ratsch. das Ratsch.